Meine Aktieninvestments haben diesen Monat überhaupt nicht gegönnt. Nichtsdestotrotz treffen wir uns aber diesen Monat in Stuttgart an der Invest. Freut euch drauf und bleibt bei diesem Video dabei. Der Vanguard FTSE All World immer noch einer meiner größten Positionen, denn 21% von meinem Hauptportfolio sind in diesen ETF investiert und wir sind gerade bei 855 Anteilen. Wir werden uns alles gemeinsam anschauen, wie dieses Depot performt hat und ich muss ehrlicherweise zugestehen, wie im Intro gehört, im Monat Februar 2023 haben wir satte 4200 Franken Verlust gemacht, was 0,8% Minus sind. Nicht weiter schlimm, wenn man jetzt auch nochmal sieht, ich habe 5500 an neues Geld ins Investmentportfolio gepackt, was wiederum bedeutet, dass mein Portfolio um 1300 Franken gestiegen ist durch meine Einzahlungen letztendlich. Es kann nicht jeden Monat so gut laufen, wie im Januar, aber, und das lässt mich auf jeden Fall nicht aufhören zu investieren, ist eben dieses stetige Investieren. Ich kann wieder etwas mehr Anteile für das gleiche Geld diesen Monat erwerben und das ist, glaube ich, eine der Devisen, die wir uns eigentlich immer im Hinterkopf behalten sollten, wenn wir langfristig investieren. Aktuell notiert das Investmentportfolio bei 509.000 Schweizer Franken. Das ist schon ein stetiges Sümmchen. Und wenn wir uns dann auch anschauen, was wir für Bestände haben, respektive was für eine Diversifikation wir haben, sehen wir, okay, es sieht gar nicht so schlecht aus im Portfolio, denn wir sehen, Nvidia hat tatsächlich das einzelne Aktie relativ gut performt, aber auch Titel wie Nestle, Apple, Omega, Healthcare sind unter meinen großen Positionen. Doch wenn man sich das Gesamtportfolio anschaut mit allen Depots, sieht man eigentlich, wie diversifiziert ich investiert bin und ich tatsächlich mir relativ wenig Sorgen mache, denn sollte mein gesamtes Investmentportfolio, das haben ja auch viele gefragt, hey Thomas, warum investierst du überhaupt, wenn du gar nicht weißt, wie und was, wie sich die Zukunft entwickelt, das kann ja alles passieren. Ich sage hier an dieser Stelle nur, wenn ich mit meinem Portfolio pleite gehe, dann haben wir völlig andere Probleme und da hilft dir dann auch nicht ein noch besser diversifizierteres Portfolio oder noch ein irgendein anderes Aktienportfolio, sondern sind Aktien das geringste Problem, das du in deinem Leben tatsächlich haben wirst. Und hier sehen wir nochmal ganz gut, 16,24% von meinem gesamten Investmentportfolio sind in den Vanguard, wo es die All World ETF investiert und die zweitgrößte Position immer noch Nvidia. Die haben ja so ein Comeback erlebt, so eine Comeback Rally, wir können das gerne mal hier auch anschauen, wenn wir bei meinen einzelnen Titeln spezifisch auf Nvidia gehen, dann sehen wir relativ gut, wow, Nvidia hat sich in den letzten 12 Monaten praktisch wieder verdoppelt. Das ist natürlich ein krasses Statement, aber was auch ein sehr krasses Statement ist, dass ihr an die Invest 2023 kommen könnt, nämlich seht ihr hier die Investmesse 2023 für Investoren und Interessierte und ihr könnt euch, und das ist das letztes Jahr das Bild, Community Bild, richtig cool, kommt gerne da vorbei, denn ihr könnt euch kostenlose Tickets für dieses Wochenende gönnen mit dem Code SPARKOJOTE23. Dieser Link wird unten in der Videobeschreibung sein mit der Anleitung und das ganze Event findet am 17. März und 18. März statt in Stuttgart. Das ist Freitag und Samstag. Ich werde beide Tage vor Ort sein. Ich hoffe, ich werde da die Finanzrudel-Community treffen. Ich weiß schon von vielen von euch, die dort am Start sein werden. Ich freue mich auf riesig viele Gespräche. Darum, wir sehen uns an der Invest 2023 in Stuttgart. Weiter geht's. Wir haben natürlich auch, und das ist auch wieder so ein wichtiger Punkt, wenn wir mal auf die Asset Allocation drücken, auch nochmal kurz den Überblick, wie bin ich investiert und das wird auch weiterhin so bleiben. Großteil ist natürlich in Einzelaktien investiert. Ich habe tatsächlich jetzt in den letzten paar Monaten weniger Einzelkäufe gemacht, was meine Einzelaktien angeht, sondern einfach meine Sparpläne laufen lassen und meine ETF-Sparpläne laufen lassen, denn das Jahr 2023 soll für mich das Jahr der Automatisierung werden, wo ich viele Prozesse, die ich manuell mache oder manuell gemacht habe. Neuerdings automatisiere, damit ich dadurch auch Zeit spare und trotzdem gleichbleibend den Effekt habe. Und da sehen wir dann tatsächlich auch die Sparpläne, die ich eingerichtet habe für natürlich einzelne diverse Aktien, aber auch ETFs und auch für zum Beispiel Gold, also das Gold-Abo, was ich bei Filoro habe. Dort kaufe ich ja nicht nur mein physisches Gold, sondern habe aktuell einen Gold-Sparplan laufen, wo ich etwas mehr als 100 Franken pro Monat da reinpumpe. Das ist auch nochmal fast eine Unze pro Jahr im Schnitt, ungefähr plus minus, je nachdem, wie gerade der Gold-Kurs steht. Und auch das versuche ich nach und nach immer mehr und mehr zu automatisieren, um einfach auch diese Zeit, auch wenn es vielleicht nur 2-3 Stunden pro Monat sind, diese in andere Dinge investieren zu können. Das ist ein wichtiger Punkt für mich dieses Jahr und das werde ich weiter beibehalten. Dann ein nächster wichtiger großer Punkt, nämlich die Erträge. Wenn wir uns das mal anschauen, war tatsächlich der Monat Februar gar nicht so ertragreich, wie im Vergleich zum letzten Jahr. Und da sehen wir gerade aktuell 697 Franken und 36 Rappen brutto. Da haben wir natürlich im Vergleich zum letzten Jahr deutlich mehr gehabt. Das liegt zum einen natürlich an den P2P-Krediten, die ich mehr oder weniger nach und nach komplett oder teilweise aufgelöst habe über die letzten Monate oder über die letzten 12 Monate, einfach auch wegen dem Währungsrisiko. Das ist jetzt einfach ein kurzfristiger Effekt. Würde man das einfach nur Dividenden bereinigt angucken, also sprich nur die Dividenden angucken, dann sieht die Geschichte natürlich vollkommen anders aus, denn dann habe ich deutlich mehr Dividende erhalten und zwar über 120 Franken mehr Dividende und so schaut das Ganze etwas besser aus. Aber wir sind immer beim Erträge-Tab, damit man das auch komplettheizhalber sieht. Über das Jahr hinweg haben wir bereits 1.349 Franken und 4 Rappen an Dividenden und Zinsen erhalten. Also ist nicht schlecht. Also wir sind gerade fast auf dem Niveau von 2017 und da war das das ganze Jahr und wir haben gerade erst mal Januar und Februar durch. Also ihr seht, das Portfolio entwickelt sich ganz gut, meiner Meinung nach. Ich bin ganz happy damit und wir werden sehen, wo mich dieses Portfolio in den kommenden Jahren weiter hinträgt. Dann, wenn wir nochmal so ein bisschen auch auf die einzelnen Zukäufe eingehen, einfach, dass ihr da auch so ein bisschen seht, wo könnt ihr diese auch wirklich zeitnah angucken, weil viele fragen mich immer, hey, wo kann ich denn einzelnen Käufe jeweils genau sehen? Auf YouTube gibt es hier jeweils immer dieses Depot-Update, wo ihr so ein bisschen seht, wie steht gerade mein Portfolio, was ist passiert, wie viel Plus, wie viel Minus, was ist neu dazu gekommen, was ist rausgegangen, so als Recap einfach monatlich. Aber wenn ihr einfach immer top aktuell dabei sein wollt, gibt es natürlich auch einfach den Blog sparkoyote.ca und dort seht ihr zum Beispiel am 14. Februar gegen der Blogpost online, ich habe den Vanguard4C All World ETF gekauft und ihr seht dann da auch natürlich die entsprechenden Ausschnitte, wie viel ich gekauft habe, zu welchem Preis, zu welchen Gebühren, bei welchem Broker und Co. und das ist jeweils immer alles komplett auf dem Blog, sparkoyote.ca ersichtlich. Das wissen tatsächlich viele nicht, aber jetzt wisst ihr es spätestens. Insgesamt muss ich ehrlicherweise zugestehen, wenn ich jetzt so mein Portfolio im Februar angucke, hat sich nicht wirklich viel getan, selbst wenn ich mein U-Portfolio einzeln betrachte, es hat sich nicht wirklich viel getan. Der Monat Februar ist eigentlich ein geschenkter Monat, der hat positiv als auch negativ jetzt nicht extrem viel gemacht in den meisten Portfolios, ist aber auch mal schön, wenn nicht hier brisant plus, brisant minus, sondern einfach mal auch einfach nur gechillt wird. Das gehört nämlich auch dazu als Investor. Es kann auch mal Phasen, Monate, Jahre, Wochen gehen, wo vielleicht auch mal nicht so viel passiert und diese Phasen sind dann meiner Meinung nach die, in der man auch etwas genießen kann, etwas abschalten kann, weil halt nicht gerade zu viel passiert, wo man denkt, oh, fear of missing out, oh mein Gott, ich muss jetzt hier, ich darf das nicht verpassen oder irgendwie, oh mein Gott, die Welt geht unter und alle, oh mein Gott, also das sind so die Monate, die man eigentlich dankend annehmen sollte und einfach sagen sollte, hey, das war eigentlich ganz gemütlich, es war jetzt nichts Schlimmes, nichts super Positives, nichts super Negatives, sondern einfach nur gechillt, neutral und auch das, finde ich, kann man durchaus auch begrüßen und auch solche Phasen kann es eben an der Börse geben. Es gibt nämlich nicht nur zwei Richtungen an der Börse, sondern drei, die Auf-, die Abwärts-, aber auch die Seitwärtsbewegung und der befinden wir uns gerade im Monat Februar, zumindest auf mein Portfolio betrachtet. Insgesamt muss ich einfach nochmal so zusammenfassend sagen, ich bin mit meinem Portfolio bisher relativ zufrieden, ich muss aber ehrlicherweise auch zugestehen, dass ich jetzt besonders in diesem Jahr, wie schon auch nochmal erwähnt, um das Ganze auch nochmal so ein bisschen auszuholen, wirklich diesen Fokus setzen möchte auf die Automatisierung all meiner Prozesse, die ich tätige. Ich meine, wir können es hier gerne auch mal anschauen, wenn wir uns hier die letzten neun Jahre angucken, ich bin bereits seit fast zehn Jahren an der Börse und das bedeutet für mich, ich habe jetzt wirklich einiges an Erfahrung gemacht, viele Fehler gemacht und auch wirklich Höhen und Tiefs gesehen und in den kommenden zehn Jahren wird es weitere Höhen und weitere Tiefs geben, ich werde mehr investieren können, hoffentlich auch, aber, und das zieht sich halt einen Weg her, irgendwann kommt man halt in eine Routine rein und gewisse Dinge, die man halt routiniert macht, möchte man dann auch mit der Zeit, wenn die technischen Möglichkeiten da sind, automatisieren, um die freigewonnene Zeit anders zu verwenden und das mache ich gerade, das ist der große Plan, das ist der große Aufhänger dieses Jahr, meine Investments zu einem gewissen Grad zu automatisieren und auch andere Dinge, um einfach Zeit zu sparen. Insgesamt, wenn ihr diese Kurven so anseht, hoffe ich natürlich, dass die letzten eineinhalb Jahre, 18 Monate nur so ein kleiner Hicks sind, wie auch schon in Vergangenheit, sei das 2018 auf 2019 oder von 2016 auf 2017 und ich denke, langfristig gesehen wird es eben genau das sein und wenn wir in 10 Jahren auf dieses Video zurückschauen, werden wir sagen können, ja, das war ja ein riesiger Hick hier, aber in 10 Jahren dann, 2033, ja, das war halt auch wieder so ein Peanuts-Hick wie jetzt hier 2018 bis auf 2019 und das ist so meine Message, die ich euch zum Schluss auch noch weitergeben kann, bleibt langfristig dran, zoomt auch mal ein bisschen raus, schaut auf euer Portfolio, was es bereits schon gemacht hat und schaut auch mal zurück, große Crashes oder irgendwelche Events, wo ihr gedacht habt, boah, die Welt geht unter und mein Portfolio zerschmilzt dahin und ihr guckt auf das Chart heute, das ist ja nur so ein kleiner Hick, habe ich gar nicht mehr gemerkt, aber damals war das irgendwie alles viel schlimmer als erwartet und das ist so ein kleiner Tipp, den ich euch einfach mitgeben kann, bevor ihr hier zum nächsten Video geht und auch das nächste Video unbedingt anklickt, um diesen Kanal zu supporten und nicht nur das, sondern ihr werdet hier einiges lernen für euren finanziellen Erfolg und eure finanzielle Freiheit hier in der Schweiz.